10. Zivilistisches Zwischenspiel 10a. Um die Mitte des Januar 1943 trat ich also mein neues Amt als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter bei der westfälischen Provinzialverwaltung an. Die Einweisung war denkbar knapp. Der Senior führte mich in das Dachgeschoss eines Hauses in der Nachbarschaft des Hauptgebäudes und öffnete die Türen zu drei bis vier hellen Zimmern. Sie waren vollkommen leer. Irgendeine Abteilung hatte sie eben geräumt. Das ist nun ihr Reich. Möbel bekommen man jetzt nicht bewilligt, aber in einigen Abstellräumen gäbe es genug davon. Für den Transport stehe mir ein Arbeitstrupp der Heilanstalt zur Verfügung. Eine Sekretärin sei auch vorgesehen, aber in den ersten Wochen werde sie ja wohl noch nicht gebraucht. Irgendwo standen auch zwei Schränke mit Testmaterial und Prüfgerät. Es war völlig veraltet und kam nicht mehr in Betracht. Einen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, als sollte ich es wieder mit einem Institut zu tun bekommen, das es genau besehen gar nicht gab. Warum auch nicht? Aber es war dennoch anders. Erstens konnte ich diesmal sagen, l'Institut c'est moi. Außerdem war da die verlässlich reale Basis eines recht respektablen Etats. Vor allem brauchte man nicht erst Pläne zu schmieden. Es warteten Aufgaben mehr als genug. Eignungsuntersuchungen natürlich, nun aber an Schwerkriegsbeschädigten. Ungezählt kehrten sie aus den Lazaretten ins bürgerliche Leben zurück. Und großen Teils mussten sie umgeschult werden für einen neuen Beruf. Aber für welchen? Die gleiche Frage war zu beantworten für die zur Schulentlassung kommenden körperlich Behinderten, die blinden und taubstummen Kinder in den von der Provinz betreuten Heimen. Für mich hieß es also wirklich von vorne anfangen. Nicht weniges war ganz neu zu lernen. Vor allem bekam ich es handgreiflich demonstriert, was für den Menschen das Hören des Wortes bedeutet. Und wenn ich etwas spontan gemeint hatte, etwas Schlimmeres als der Verlust des Augenlichtes sei kaum auszudenken, so wurde ich rasch korrigiert. Ich brauchte nur die Atmosphäre einer Taubstummenschule zu vergleichen mit der geistigen Lebendigkeit blinder Kinder. Ich erinnere mich eines sechsjährigen Jungen, der im Summen eines Musikkreises exakt die mit nachlassendem Tempo immer kleiner werdende Zahl der darin zusammenklingenden Töne anzugeben vermochte. Wiederum eine ganz andere Erfahrung, die Berufsberatungstermine in den Lazaretten. Etwas weniger Bürokratisches ist kaum vorstellbar. Schweigend folge ich von einem Winkel aus dem sachlich besorgten Dreiergespräch. Zwischen einem meist jungen Schwerverwundeten, der seine Entlassung erwartet und sich auf einen neuen Beruf umzustellen hat, dem Beamtenten der Hauptfürsorgestelle, einem Landesinspektor, der in seinem Bezirk nicht allein die in Betracht kommenden Betriebe, sondern auch die persönlichen Besonderheiten ihrer Chefs und Meister unmittelbar zu kennen pflegt. Endlich dem Fürsorgeoffizier, durchweg einem Reservisten von sichtlich unkriegerischem Habitus. Im Lazaret Bigge ist es ein literarisch hochgebildeter Einspänner im Hauptmannsrang, der mit seiner volltönenden Schauspielerstimme eines Abends die ganze Leskosche Novelle vom Toupet-Künstler aus dem Gedächtnis vorträgt. Die Soldaten, für die er so etwas wie ein weltlicher Beichtvater zu sein scheint, haben an ihm einen fast zu gutherzigen Anwalt. Ich weiß kaum, wie ich diesen Berufsberatungen mit meinen Gutachten eine noch verlässlichere Grundlage liefern soll. Glücklicherweise kam mir der Gedanke, einen Bekannten aus der Zeit der Jugendbewegung ein wenig auszufragen, einen erfahrenen praktischen Psychologen, der von der Universität Münster in das Dortmunder Institut für Arbeitsphysiologie abgewandert war. Er steckte gerade in einer schwierigen Untersuchung. Sollten die Nachtjäger der Luftwaffe Pervitin, eine starke Wachhaltedroge, nehmen oder nicht? Dem Recht auf Schlaf, das, so sagen die einen, dem Soldaten nicht geschmälert werden darf, steht die Notwendigkeit gegenüber, um eine möglicherweise lebensentscheidende Zehntelsekunde rascher als der Gegner zu reagieren. Mit meinen eigenen Fragen kam ich an genau den richtigen Mann. Auch er hielt nicht viel von der Idealvorstellung, eine perfektionierte Testapparatur mit einigen rasch erlernten Handgriffen zu bedienen. Wie ich war er vielmehr davon überzeugt, dass die Schwierigkeit der differenzierenden Beurteilung der menschlichen Gutachter gar nicht abgenommen werden kann, dass sie ihm vielmehr gerade zugemutet bleiben muss. So wurden mir einige selbst erfundene Tests empfohlen, die mir sogleich einleuchteten. Zur Ermittlung der Feinheit des Tastens zum Beispiel ein Satz Schraubenlehren, den man in jedem Werkzeugladen kaufen kann. Ich hatte noch nie gehört, dass man unter einer Lehre ein Messgerät versteht. Eine Schraubenlehre, womit man den Abstand der Gewindegänge misst, sieht aus wie eine winzige Säge, und in einem Satz solcher Sägen gibt es dann vom feinsten zum nächst gröberen Maß kaum merkliche Unterschiede. Eben sie aber sollte der Prüfling durch bloßes Tasten ermitteln. Mir kam dabei die alte These des Aristoteles in den Sinn, wonach der Feinheit des Tastens die der Intelligenz entspricht. Und ich fand sie bald in den Untersuchungen an Blinden oder Erblindenden viele Male bestätigt. Natürlich konnte ich das meiste von dem in der Wehrmachtspsychologie Praktizierten ohne weiteres übernehmen. Wiederum fuhr ich nach Berlin, um beim Oberkommando des Heeres die Überlassung von Prüfgerät zu erwirken. Die Genehmigung war allerdings leichter zu bekommen als das Gerät selbst. In Düsseldorf zum Beispiel war alles bereits durch Bomben zerstört. Die Berliner machen damals, im Frühjahr 1943, gerade die ersten Erfahrungen mit gezielten nächtlichen Luftangriffen. Als Westdeutscher betrachte ich fast mit der lächelnden Weisheit des schon Betrogenen die Leute, die sich noch in Scharen um die Löscharbeiten sammeln. Der Stil der dabei zu hörenden kritischen Anmerkungen ist allerdings durchaus berlinisch. Aber die Polizei beherrscht diese Sprache auch. Aus einem Lautsprecher in der Gegend des Admiralspalastes tönt es, Wie uns soeben gemeldet wird, Pause, alles hört gespannt zu, werden sie dringend zu Hause verlangt. Gehen sie auf dem nächsten Wege heim und vergessen sie nicht, gut zu verdunkeln. Es gibt allerdings auch unverblümtere Sprüche, die den Neugierigen mit der Zwangsrekrutierung zu Aufräumkommandos drohen. Peter Surkamp, von dessen Turm hoch über der Stadt wir noch spätabends einzelne Brände lodern sahen, war vor allem erschüttert von der, wie er sagte, unendlichen Apathie, mit der die Ausgebombten, dies Wort ging damals in den Sprachschatz ein, morgens neben der geretteten Habe auf dem Bürgersteig gesessen hätten, wie die unvernünftige Kreatur, ohne Stellungnahme, ohne Heroismus, ohne Verzweiflung, ohne Zorn. Solche bloßen Vorspiele künftiger Schrecknisse konnten einem zu jener Zeit schon als etwas Äußerstes erscheinen. Die Beziehung zu Peter Surkamp war ein Jahr zuvor auf merkwürdige Art in Gang gekommen. Ich hatte die Redaktion der Neuen Rundschau, in der einige meiner Aufsätze erschienen waren, zu bewegen versucht, einen größeren Beitrag über Konrad Weiß zu bringen. Eines Tages antwortete mir, statt des Schriftleiters Hans Peschke, der Verleger, Das ist Peter Surkamp. Er habe den ausführlichen Briefwechsel verfolgt und sei der gleichen Meinung wie ich. Aber wo gäbe es den Autor, der einen zulänglichen Aufsatz über Konrad Weiß schreiben könne? Es sei ja nicht damit getan, diesem Dichter mit irgendwelchen literar-historischen Formelkategorien zu Leibe zu rücken. Er wisse wohl, wer so etwas gut hätte schreiben können, Oskar Lörke, aber der sei nun gleichfalls tot. Ob ich mich nicht selber daran machen wolle? Ich sagte mit einem halben Jahr zu, wagte dann aber doch nicht, die durch Jahre niedergeschriebenen Notizen zu einem Bilde des Dichters zusammenzufügen. Peter Surkamp seinerseits erwog ernsthaft, eine Gesamtausgabe von Konrad Weiß zu veröffentlichen. In unserer Korrespondenz war davon durch Jahre hin die Rede. Kurz nach jenem ersten brieflichen Kontakt war Surkamp in Münster bei uns zu Gast. In der Hand trug er auf dem Bahnhof als Erkennungszeichen einen rot gebundenen Band seines Lieblingsautors Montaigne. Obwohl beide zunächst nicht gerade gesprächig, verstanden der Oldenburger und der Münsterländer einander rasch. Es verband uns wohl auch die gemeinsame Neigung zu lehrendem Wirken. Aus den langen Unterredungen ist mir noch die wiederkehrende kritische Bemerkung des Verlegers im Ohr, die meisten Bücher seien nur Vorarbeiten zu büchern. Als Gastgeschenk kramte er die drei Pantheonbändchen, die eben von ihm herausgegebenen und eingeleiteten Gesamtausgabe des Wandsbecker Boten erfuhr. Wahrscheinlich halten auch Sie, Claudius, für einen braven Idylliker. Ich konnte das nicht völlig abstreiten, obwohl mich das Testament an den Sohn Johannes schon ein wenig eines anderen belehrt hatte. Sitze nicht, wo die Spötter sitzen, denn sie sind die elendsten unter allen Kreaturen. Surkamp blätterte in seiner Ausgabe und las vor. Was kümmert mich berühmt und unberühmt, wo von ernsthaften Dingen die Rede ist? Und was gehen Meinungen mich an in Dingen, die nicht Meinung sind, sondern Sache? Seltsamerweise interessierte Surkamp sich brennend für das Manuskript meines Thomas-Breviers Ordnung und Geheimnis. Er nahm ein Exemplar mit nach Berlin. Kurz darauf schrieb er von seiner Absicht, Stücke daraus in der neuen Rundschau zu veröffentlichen. Sie wissen, dass das eine heikle Angelegenheit ist. Er selbst lese viel in diesen Texten, und als die Überfliegungen Berlins sich Anfang 1943 verschärften, beruhigte er mich. Ich schleppe das Manuskript bei jedem Alarm mit mir, damit ihm nichts passieren kann. Bei meinem Besuch war übrigens gleichfalls die Rede von einem Dichter, den ich, wie Surkamp meinte, noch schätzen lernen werde, von Rudolf Alexander Schröder. Und ich begam für die Heimreise einen Druckbogen mit der Ballade vom Wandersmann zugesteckt. Aber als ich dann beiläufig erwähnte, ich müsse noch ein Namestagsgeschenk für meinen Sohn Thomas kaufen, da fand er plötzlich ein bestimmtes Kinderbuch viel preisenswerter. Er ging dafür eigens mit mir in die Buchhandlung Buchholz, wo er aus dem für besondere Freunde reservierten Bestande Jebkens Insel hervorhohnen ließ. Für den Siebenjährigen wurde dann dies zu dem ersten, in einem Atem gelesenen Buch seines Lebens. Eines Morgens stellte sich eine junge Frau als meine Sekretärin vor. Zu tun gab es inzwischen fast mehr, als zu bewältigen war. Wie ein reißendes Gewässer brach die aufgestaute Arbeit bei uns ein. Und nach kurzer Zeit sah es so aus, als hätte unser kleines Institut seit je existiert. Vielfältiger konnte kein Tagewerk sein als das meine. Es gehörte allerdings auch dies dazu, dass einem ab und zu die Grenzen des eigenen Geschäftes vor Augen geführt wurden, was dann gleichfalls wieder dem Geschäft zugute kam. Eignungsauslese. Das war doch, nach der Meinung nicht weniger Leute, eine Methodik, mit der eines künftigen Tages jedermann seinen Platz im Gefüge des totalen Arbeitsstaates zugewiesen bekommen würde, ohne Rücksicht auf persönliche Neigung und Zielsetzung. Aber da gab es dann etwa das bedenkenswerte Beispiel des Intarsienspezialisten, eines Mannes also, der mit winzigen Holzsplitterchen verschiedener Färbung, Blumenmuster und sogar ein menschliches Gesicht zum Malen verstand. Man sollte meinen, dazu müsste einer vor allem ein unendlich feines Fingerspitzengefühl im buchstäblichen Sinne besitzen. Wie sonst sollte er mit solchem Material überhaupt umgehen können? Schön und gut, aber der beste Intarsienmaler in den Biggerwerkstätten ist ein kleiner verwachsener Mann, der von Geburt an überhaupt keine Finger, geschweige denn Fingerspitzen besitzt. Eine kleine Warze auf den Armstümpfchen bezeichnet den Ort des Daumens, das ist alles. Aber mit diesen Stümpfen betreibt er voll Stolz und Freude sein Metier. Keine Eignungsauslese hätte ihn dazu je für fähig erklärt. Der Krüppelanstalt in Bigge, einer der größten des Landes, war für die Zeit des Krieges ein Lazarett angegliedert worden, eine Spezialklinik, vor allem für Arm- und Beinamputationen. Ich hatte dort häufig zu tun, meist für eine ganze Woche. Mein Nachtquartier war dann immer das Haus des Freundes Dr. Schranz, denn bis Siedlinghausen war es nur eine Viertelstunde Bahnfahrt. In seiner Bibliothek stand jetzt, vor dem Kriege geschützt, so dachte man, das alte Cembalo von Fritz Neumeyer, und manchmal traf ich ihn auch selbst dort. Der Doktor war, wenn ich heimkam, noch unterwegs zu seinen Kranken. Bis zum Abendessen konnte ich dann dem Maestro zuhören, der gerade das wohltemperierte Klavier durchmeditierte, nach und nach, von Anfang bis Ende, das ganze Werk. Um diese Zeit war auch Karl Schmitt ein häufiger Gast des Hauses Schranz. Natürlich kannte ich den Staatsrechtslehrer des Dritten Reiches, wie er zu seinem Verdruss genannt wurde, schon aus der Zeit meines juristischen Studiums. Souverän ist, wer über den Ausnahmefall entscheidet. Solche Sätze vergisst man nicht so leicht. Aus der Nähe jedoch hatte ich den Mann noch nicht erlebt. Es war mir bekannt, welch unbegreiflich schlimmen antisemitischen Äußerungen er in den ersten Jahren des NS-Regimes getan hat. Und ich wüsste nicht, mit welchem Argument sie je gerechtfertigt werden könnten. Aber plötzlich hatte ihn eine scharfe, publizistische Attacke im Schwarzen Chor der Wochenzeitung der SS aus dem Sattel geworfen. Von einem Tag zum anderen war er aus sämtlichen Parteiämtern entfernt worden. Seitdem, so sagte Dr. Schranz, konnte man endlich wieder vernünftig mit ihm reden. Es war übrigens ein Genuss, seiner funkelnden Konversation zuzuhören, und ich begriff sogleich, welche Faszination im Guten wie im Bösen diese akademische Lehre ausgestrahlt haben muss. Um gegen seine geschliffenen Thesen anzutreten, brauchte man vor allem einen beträchtlichen Mut zur Banalität. Am ersten Abend schon fragte ich ihn, warum er eigentlich in seiner Schrift über den Begriff des Politischen mit keiner Silbe vom Bonnum Kommune spreche, in dessen Verwirklichung doch wohl der Sinn der Politik bestehe, worauf er scharf erwiderte, wer Bonnum Kommune sagt, will betrügen. Das war zwar keine Antwort, aber man war zunächst einmal außer Gefecht gesetzt. Wahrscheinlich hatte dieser Mann aufgrund seiner jüngsten Erfahrungen Anlass zu zynischer Weltbetrachtung. Elite, das ist eine Gruppe von Leuten, die bei höchstem Einkommen keine Steuern zahlen. Von seinen eigenen Erfahrungen allerdings sprach er so gut wie nie. Nur einmal wandte er sich, als halte er mich in diesem Punkt einer besonderen Aufklärung für bedürftig zu mir. Ich kenne Sie alle, diese braunen Machthaber. Glauben Sie nur ja nicht, dass einem einzigen davon, wenn es um die Macht geht, die berühmte Weltanschauung einen Pfifferling wert ist. Er selber freilich liebte es, das bloß akademisch-humanistische, wie er sich voller Verachtung ausdrückte, gleichfalls ständig zu ironisieren, und er hatte nur Spott für eine Geisteswissenschaft, die etwa die Lehre der Stor, interpretieren zu können meine, ohne zu bedenken, dass ein Mann wie Seneca am Hofe Nerus dauernd in Lebensgefahr gelebt und in dieser Situation seine Philosophie formuliert habe. Karl Schmitz' eigene Stärke lag, wie ich glaube, tatsächlich in der Beschreibung von solchen realgeschichtlichen Situationen. In einer mir unvergesslichen Nacht sprach er zum Beispiel, ein wenig berauscht, von dem erlesenen Wein des Hausherrn über den Unterschied zwischen Land und Meer, zwischen dem Strandrecht und dem Fundsachenrecht im Binnenlande, zwischen einer Landfestung, welche ehrenhaft die weiße Flagge hießen könne, und einem Kriegsschiff, das zwar von den Landratten auch eine schwimmende Festung genannt werde, das aber niemals, wie eine Festung sonst, kapitulieren könne, sondern einzig die Wahl habe zwischen Untergang oder Sieg. Aufs Ganze gesehen aber wurde ich bei all diesen Diskursen nie das Missbehagen los, dass hier stets dem Interessanten der Vorrang gegeben wurde vor dem innerlich Wahren. Und ich dachte an die alte Sentenz, wonach nähernde Weisheit und Brillanz der Formulierung einander auszuschließen scheinen. Dennoch, als mir berichtet wurde, mit welch witziger Eleganz sich Karl Schmitt nach dem Kriege die vorzeitige Freilassung aus dem Internierungslager erwirkt habe, da erschien mir, dass nur ein gebührender Tribut zu sein, den geistige Überlegenheit, und sei sie noch so sehr rein formal, mit Fug für sich einfordern kann. Vor der russischen Kommission behauptet er, man müsse seine angeblich nationalsozialistische Vergangenheit nach dem Muster des Experiments von Pettenkofer verstehen. Der Untersuchungsoffizier, obwohl anscheinend ein gebildeter Mann, hat natürlich keine Ahnung, wovon die Rede ist. Max von Pettenkofer, ein deutscher Naturwissenschaftler, vertrat zu Anfang des Jahrhunderts die These, Infektionskrankheiten werden nicht durch den Bacillus allein verursacht, entscheidend sei vielmehr die Krankheitsbereitschaft des Menschen selbst. Und um diese These zu beweisen, trank er vor seinen Studenten in einem Glas Wasser eine ganze Kultur von Cholera-Bacillen und blieb in der Tat gesund. Und nun die Konklusion von Karl Schmitt. Sehen Sie, genau dasselbe habe ich gemacht. Ich habe den NS-Bacillus getrunken, aber er hat mich nicht infiziert. Was ja, wenn es stimmte, in Wirklichkeit sein Verhalten erst recht unentschuldbar machen würde. Aber man lacht bewundernd und verfügt seine Entlassung. 10b. Nehmen wir einmal an, die Geschichte sei nicht von Karl Schmitt selbst erfunden und in Umlauf gesetzt worden. Offenbar hat der heute 1968 80-Jährige sich kaum gewandelt. In der letzten Ausgabe des deutschen Who is Who steht unter seinem Namen in der Rubrik Hobby zu lesen. Er sammle aparte Reime und irreale Bedingungssätze. Ich fürchte, das ist wiederum weniger zutreffend als interessant. Bei Dr. Schranz traf man damals mit einiger Regelmäßigkeit einen seiner Freunde, der mit Leidenschaft die Astrologie als Liebhaberei betrieb. Unter seinen Analysen setzt er allerdings nie den eigenen Namen, sondern ein extravagantes sarazenisches Pseudonym. Es war übrigens der gleiche Mann, der mich mit solcher vehement in die Poesie von Konrad Weiss eingeführt hatte. Ich bin zwar der Meinung, dass im Unterschied etwa zur Graphologie von einer wissenschaftlichen Astrologie keine Rede sein kann, aber warum soll es nicht unbekannte menschliche Fähigkeiten geben, die aus Anlass der Sterndeutung zum Zuge kommen, wie es ja auch einen berühmt gewordenen Fall von Hellseerei oder etwas Ähnlichem gegeben hat, die von ihren Träger selbst, weil sie sich zufällig am Anblick der menschlichen Handschrift entzündete, fälschlich für Graphologie gehalten worden ist. In Bigge also bekam ich eines Tages mit einem Metzgergesellen zu tun, dem man das rechte Bein amputiert hatte und der folglich seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Ich fragte ihn also, wie er selbst sich seine künftige Tätigkeit etwa vorstelle, worauf er mit völliger Bestimmtheit antwortete, er habe die Absicht, Scharfrichter zu werden. Blut muss bei mir schon fließen. Dabei hatte der junge Mann trotz seiner athletischen Statur in seinem Gebaren etwas ausgesprochen Feminines. Am Handgelenk wurde ab und zu ein goldenes Kettchen sichtbar und es hätte mich nicht überrascht, wäre mir ein süßliches Parfüm in die Nase gestiegen. Ich versuchte zunächst, ihm diesen abstrusen Berufswunsch auszureden, doch wurde mir sogleich in unangenehm drohendem Tonfalle das offizielle Gerede von der notwendigen Härte gegenüber Schädlingen aufgetischt. Am gleichen Abend noch legte ich dem Astrologen das Geburtsdatum dieses Mannes vor, jedoch zugleich mit den Daten von noch drei bis vier anderen Soldaten, die mir an dem Tag über den Weg gekommen waren. Welches ist das Geburtsdatum des Scharfrichters? Nun ja, war die Antwort, eigentlich müsse man auch die Stunde und nicht bloß den Tag der Geburt kennen. Immerhin nahm unser Freund die Angabe mit in sein Zimmer hinauf. Und am nächsten Abend zeigte sich, dass er die richtige Zuordnung mit Bestimmtheit entdeckt hatte. Mars sei in einer unverkennbar starken Position, sagte er. Was aber, so muss man sich doch fragen, hat dieser Wandelstern 50 Millionen Kilometer von uns entfernt mit dem Kriegsgott der Römer und was hat beides mit dem armen Metzgergesellen zu tun? Ohne dass ich davon wusste, wurden übrigens wohl nicht allzu genau die Konstellationen meiner eigenen Geburtsstunde ermittelt. Angeblich deuten sie auf Tod durch Gerichtsbeschluss hin. Ich fühlte mich merkwürdig unbetroffen, aber schließlich ist noch nicht aller Tage Abend. Für meine Frau blieb die Auskunft jahrelang ein Albtraum. Das wahrhaft Unheimliche aber und das im Grunde auch durchaus unerlaubte solcher Versuche, das menschliche Schicksal zu entschleiern, gerade wenn sie zu gelingen scheinen, wurde mir vollends deutlich, als ich das umfängliche Horoskop meines Sohnes Thomas zu lesen bekam. In unserem Kreise war eines Abends das Gespräch auf die mythische Vorstellung der Geburtsnacht geraten und auf die statistische Häufigkeit nächtlicher Entbindungen, wovon der Doktor aus eigener Erfahrung einiges zu erzählen wusste. Ich selbst berichtete fast beiläufig von der gerade eben um Minuten überschrittenen Mitternachtsstunde, in der unser Ältester zur Welt gekommen war, am Tage der Sommersonnenwende, der zudem auf einen Sonntag fiel. Der Liebhaber der Astrologie fragte sogleich nach dem Jahr, notierte sich interessiert alle diese Daten und brannte offenbar darauf, an die Arbeit zu gehen. Das Resultat war dann eine erschreckende Unglücksprophetie mit einzelnen so sehr zutreffenden Zügen, dass ich nie gewagt habe, das Ganze im Ernst in Zusammenhang zu denken mit der Realität. Zugleich nach dem ersten Lesen habe ich das Dokument unterzeichnet wiederum mit dem seltsamen Sarazenennamen tief unter meinen Manuskripten versteckt. Erst nach dem frühen Tode dieses Sohnes habe ich es wieder hervorgeholt. In jenem Sommer 1943 vermehrten sich die schweren Luftangriffe auf die großen deutschen Städte. Von der Zerstörung Hamburgs drangen Schreckensnachrichten ins Land. Man sah am helllichten Tage die silbernen amerikanischen Bomberschwärme fast unbehelligt ihre Bahn durch den wolkenlosen Himmel ziehen, meistens in Richtung Berlin. Des Nachts kamen die Geschwader der englischen Royal Air Force. Mit dem Nachbarn versuchte man im nächtlichen Gespräch über den Gartenzaun auszumachen, was für eine Stadt des Ruhrgebietes wohl unter den für den Angriff gesetzten Christbaum-Signalen liegen konnte. Und wiederum sangen die Nachtigallen so herzbewegend, wie ich es nie wieder gehört habe. Noch immer kannten unsere Kinder bei den nächtlichen Alarmen keine Furcht. Vor dem Einschlafen wurde allerabendlich ein Münchner Bilderbogen hervorgeholt und in einer stets weiter angereicherten Geschichte dramatisiert. Die Landesbildstelle zufällig im gleichen Hause wie mein Institut untergebracht hatte mir ein Projektionsgerät geliehen und wir sahen mit der ganzen Familie ein Dutzend Mal die gleichen 5-6 Filme vom Keimen der Erbse vom Lebensgang der Libelle von den Pantoffeltierchen im Wassertropfen und so weiter. Es kommt mir im Nachhinein etwas verwunderlich vor, dass mir in diesem Sommer danach zumute gewesen sein soll, dem Verein Deutscher Rosenfreunde beizutreten. Aber vor kurzem ist mir wirklich durch die Verleihung der goldenen Ehrennadel für die 25-jährige Mitgliedschaft eben dieses Eintrittsdatum bestätigt worden. In jener gleichen Zeit allerdings hob ich auch bis spät in die Nacht arbeitend im Garten eine riesige Baugrube aus. Sie sollte einen betongedeckten Bunkergang aufnehmen, durch den wir notfalls aus dem Luftschutzkeller hinaus ins Freie gelangen könnten. Solche Schutzbauten wurden damals auf Staatskosten errichtet, angeblich für jedermann. Aber natürlich gab es gar nicht genug Arbeiter, dieses Propagandaversprechen einzulösen. Auch bei uns lag wochenlang der Berg ausgehobenen Erdreiches auf dem Rasen und in der leeren Grube sammelte sich schon das Regenwasser. Plötzlich schickte der offiziell beauftragte Bauunternehmer, den wir für einen besonderen Günstling der NS-Partei gehalten hatten, seine Leute, holländische Arbeiter, die allmorgendlich im Autobus angereist kamen. In ein bis zwei Wochen war der Bunker fertig. Wir hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben und wussten nun nicht, wie uns geschah. Die Erklärung für diesen unerwarteten Eifer erfuhren wir bald danach. Jemand hatte dem Bauunternehmer erzählt, die Partei habe einige von meinen Büchern verboten und eben das war im Grund genug, uns zu bevorzugen. Am 10. Oktober 1943, einem strahlenden, beinahe noch sommerlichen Sonntagnachmittag beschlossen wir, unseren Jüngst inzwischen gut anderthalb Jahre alt, zum ersten Male in den Zoo auszuführen. Ich nahm eigens die Leica mit, um die zu erwartenden Ereignisse festzuhalten. Die Mutter hatte sich mit der Vorbereitung für den Ausflug etwas verspätet, diesmal glücklicherweise. Ich ging bereits mit den Kindern voraus. Nach einer Weile kehrten wir noch einmal um. Ich machte, um die Ungeduld der Kinder zu überbrücken, ein paar Fotos. Schließlich kam meine Frau und wir steuerten nun energisch unserem Ziele zu. Da begannen die Alarmsirenen zu heulen. Man nahm das schon nicht mehr sonderlich ernst, wahrscheinlich das übliche, eine bloße Überfliegung, dachte man. Immerhin machten wir uns auf den Heimweg und stellten uns sicherheitshalber in dem Spittergraben vor der Chirurgischen Universität unter. Mir fiel noch ein, dass ich die Haustür zum Garten nicht geschlossen hatte, so lief ich rasch die paar hundert Schritte nach Hause. Aber schon höre ich die Geschwader niedergehen und kurz darauf ihre Fracht abladen. Wenige Minuten später, als das Getöse verstummt ist, renne ich auf den Dachboden und sehe über der Stadt eine riesige Rauchwolke und darunter die Feuerbrände. Noch immer halte ich die Leica in der Hand. Und so finden sich auf dem gleichen Film Streifen die Fotos der drei Kinder und eine Viertelstunde später das Bild vom brennenden Münster. Von den etwa hundert Luftangriffen, die während der Kriegsjahre über der Stadt niedergehen, ist dieser einer der schwersten. Fast die gesamte Altstadt liegt in Trümmern. Der Dom und das Rathaus sind und das alles geschah am helllichten Tage. Die Sicht aus der Höhe war völlig klar. Es gab kein militärisches Angriffsziel weit und breit. Die Kasernen rund um die Garnison Stadt Münster sind bis heute unversehrt. Kein Ruhmesblatt für die amerikanische Luftwaffe. Meine Arbeitsstelle war bis auf die Fensterscheiben heil geblieben und da diesem ersten heftigen Schlag lange Zeit nichts Bedrohliches folgte, nahm die Arbeit den Winter über ihren gewohnten Gang. Neu war die von nun an allmonatlich einmal zu absolvierende nächtliche Brandwache im Landeshaus eine im Ernstfall ziemlich sinnlose Einrichtung. Sie sollte auch wohl nur eine gewisse dekorative Einsatzbereitschaft demonstrieren. Zu diesem Dienst wurde ich gewöhnlich zusammen mit dem sympathischen Landeskonservator eingeteilt. Er erzählte mir etwa von den Restaurierungsarbeiten an der Abteikirche in Chorwei oder wir entwarfen gemeinsam die Steinsockel für eine Bank in unserem Garten. Vor allem tauschten wir unsere Erfahrungen mit der Goethe Lektüre aus. Merkwürdigerweise kannte er noch nicht die, wie ich kühn behauptete, eigens auf das Geschäft eines Konservators gemünzten Zeilen, die ich ihm dann später aus Anlass irgendeines Jubiläums in Goethes facsimilisierte Handschrift geschenkt habe. Manches und Streit zerronnen. Wer bewahret und erhält, hat das schönste Los gewonnen. Manchmal nahm ich auch einen Band Thomas von Aquin zur nächtlichen Lektüre mit. Ich hatte mich inzwischen daran gemacht, Sentenzen zu sammeln für einen zweiten, mehr theologischen Band des Breviers. Damals verließen immer mehr Familien die Stadt. Solche Evakuierungen wurden offiziell propagiert und unterstützt. Noch dachten wir selbst an so etwas nicht. in der unmittelbaren Nachbarschaft der Universitätskliniken, auf deren geweißten Dächern das Rote Kreuz weithin sichtbar war, fühlten wir uns auch einigermaßen sicher. Die Schulen allerdings waren seit dem schrecklichen Oktober Sonntag geschlossen. Einige siedelten mit ihren Lehrern und Schülern in ländliche Notquartiere um, irgendwo in Süddeutschland. In der unterrichtsfreien Zeit übernahm dann meiste Hitlerjugend das Kommando. solche Erziehung auszusetzen. Stattdessen machte mein Vater sich ein Vergnügen daraus, seinen gelehrigen Enkel zu unterrichten und ihm vor allem seine geliebten Rechenregeln beizubringen. Und vielleicht wäre der Schüler ohne diese Unterweisung später nicht auf das Studium der Mathematik verfallen. Ich selbst bereitete ihn in jenem Wind auf die Erstkommunion vor, die dann auch bald in der Kapelle der Kliniken gefeiert wurde, am Dreikönigstag 1944. Wir hatten gar nicht darüber gesprochen, dass solch ein Tag gewöhnlich mit Geschenken und allerlei äußerem Aufwand begangen wird. So konnte der Junge völlig unabgelenkt das Eigentliche im Sinn haben und nachher mit maßlos überraschtem Entzücken die Geschenke der Paten in Empfang nehmen. Am Weißen Sonntag war es in Münster Brauch die Scharen der Erstkommunikanten zum Bischof zu führen, der sie segnete und jedem Einzelnen ein frommes Bild mit seiner Unterschrift übergab. Überall hingen damals solche Kommunion andenken, gerahmt über den Betten der Kinder. Ich hatte im Spätherbst 1943 meine Beziehung zu Bischof Clemens August von Galen aus einem merkwürdigen Anlass erneuert. Es war mir nämlich zu Ohren gekommen, das Antiquariat Stenderhoff bietet die Parise Ausgabe der Opera Omnia des Thomas von Aquin an. Damals gab es wenig Gelegenheit überhaupt Geld auszugeben und so konnte ich mir eine so kostspielige Anschaffung sehr wohl zumuten. Hoch erfreut rief ich sogleich den Buchhändler an, bekam aber von ihm nur eine halbe Zusage, denn auch der Bischof habe sein Interesse bekundet. Aber was will denn der Bischof mit dieser Ausgabe der wird doch nie eine Zeile davon lesen? Doch musste der Antiquar begreiflicherweise dieses Vorkaufsrecht respektieren. Ich wartete noch ein paar Tage und dann ging ich zum Bischof mit dem heiklen Vorhaben ihn davon zu überzeugen wie viel sinnvoller es sei dass die Thomas Ausgabe statt in seiner Bibliothek in der Meinen ihren Platz finde. Er nahm mich sehr freundlich auf und hörte sich alles an. Aber es ist mir nicht gelungen seiner Hartnäckigkeit beizukommen. Er konnte allerdings ein schwer zu entkräftendes Argument ins Feld führen. Am 10. Oktober war auch das alte bischöfliche Palais mitsamt seiner Bibliothek völlig zerstört worden. So bin ich niemals in den Besitz der Opera Omnia meines verehrten Meisters gelangt. Zwar gab es auch später noch die eine oder die andere Gelegenheit aber nun fehlte mir dazu das Geld. Beim Abschied fragte ich den Bischof ob ich ihn an Epiphanie mit unserem Erstkommunikanten besuchen dürfe. So gleich stimmte er zu und wir trennten uns im besten Einvernehmen. Als der Tag gekommen war zogen wir zu dritt am frühen Vormittag ins Priesterseminar wo der Bischof einen Unterschlupf gefunden hatte. Thomas hatte große Sorge es könnte schon unterwegs Flieger Alarm geben und das ganze Unternehmen zunichte machen aber es ging gut als er vor dem Bischof stand faszinierte ihn sogleich das mit funkelnden Steinen besetzte Brustkreuz zu Hause hatten wir die letzte Zeit ein wenig Edelsteinkunde getrieben und Thomas konnte die frisch erworbene Weisheit einfach nicht bei sich behalten sind das lauter Amethyste statt einer Antwort streifte der Bischof kurzerhand die Kette über den Kopf und überließ dem ungläubig Zögernden das Brustkreuz zur genauen Betrachtung inzwischen bekamen wir die seltsame Geschichte dieses Kreuzes zu hören des einzigen das die Zerstörungen überdauert hatte aus dem Gefängnis hatte ein südamerikanischer Bischof es in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts nach Rom geschickt und in der Kulturkampfzeit war es im Jahre 1875 wiederum dem Münsterischen Bischof Johann Bernhard Brinkmann vom Papst als Zeichen der Verbundenheit in die Warendorfer Haft gesandt worden ob das Kreuz seinen Weg durch die Gefängnisse wohl beendet habe bleibt unausgesprochen nach den unverblühten Predigten des Bischofs die nun allenthalben in Abschriften verbreitet werden fürchten viele und auch er selbst ist darauf gefasst es könne ihm jeden Tag etwas geschehen unser Gespräch veräppte nach einer Weile und wir hatten das Gefühl allmählich aufbrechen zu sollen über den eigentlichen Anlass des Besuches war allerdings noch kein Wort gefallen so sagte ich indem wir aufstanden ob nicht nun der Bischof dem Erstkommunikanten den Segen geben wollen da kam denn heraus was ich schon Kopf geraten nein rief er jetzt müssen wir uns alle noch einmal setzen und dann spielt sich etwas ab dass sich diesen schwerfälligen und übrigens auch durchaus auf seine Würde bedachten manne niemals zugetraut hätte er greift sich den überraschten Jungen und beginnt ihn scherzhaft zu beschimpfen das sei doch ein starkes Stück einfach mit den Heiligen Drei Königen zur Krippe zu gehen und zu verlangen solche Redeweise von seinem Vater ja recht gut aber im Munde eines Bischofs ist die denn doch unerhört dann kommt die in strengem Ton an ihn gerichtete Frage kennst du den großen Christophorus im Dom den mit dem Apfelbaum in der Hand Thomas hat inzwischen seine Fassung wieder gefunden und wendet mit einiger Keckheit ein das sei kein Apfelbaum das sei ein Birnbaum er habe das ganz genau gesehen nun gut dann ist es ein Birnbaum sagte der Bischof und damit streckt er den Arm aus in der Hand den imaginären Baum während die andere Hand das auf der Schulter sitzende Jesuskind zu halten scheint wie ein Schauspieler ahmt er mit schwingender Bewegung den mühsam durch den Fluss wartenden Christophorus nach und immer wieder kommt so eine Woge heran schrom aber nur ja das Jesuskind nicht loslassen das ist Christophorus und genau so musst du es auch machen Thomas atmet tief auf und sieht uns voll ungläubigen Staunens an der Bischof setzt sich an seinen Schreibtisch winkt ihn heran und lässt ihn unter einer Anzahl von Andachts Bildchen eines aussuchen Thomas zeigt auf das Jesuskind aus der Kirche von Raasfeld der Bischof schreibt auf die ewig ist das ist nichts dazu das Datum des Tages und die Unterschrift 10C inzwischen nahm die Weltgeschichte weiter ihren Lauf der Luftkrieg der Engländer und Amerikaner rückte uns mit jedem Tage drastischer auf den Leib nach Bigge reiste ich nur noch nachts bei Tage griffen ohne dass die deutsche Abwehr sich regte Jagdbomber die Eisenbahn Züge an und die vom Bahndamm Flüchtenden wurden wenn man so etwas sah packte einen ohnmächtiger Zorn um Pfingsten 1944 brachte ich zwar noch bis zur Erschöpfung mich abmühend die eben fertig gewordenen schönen Sandsteinsockel für die Gartenbank an ihren Platz aber man tat solcherlei Dinge nur noch beklommen herzens Anfang Juni lange schon beredet und dann doch überraschend meldeten die Zeitungen die Landung in der Normandie bei den ersten Kämpfen geriet mein jüngster Bruder in englische Gefangenschaft der Mutter war nur mit einiger Mühe klar zu machen dass ihm etwas glücklicheres kaum hätte passieren können als er ziemlich bald nach Kriegsende zurückkehrte zeigte es sich denn auch dass er es verstanden hatte die Zeit zu nutzen unter anderem durch die Organisierung einer medizinischen Akademie im Lager die für ihn wie für seine Kameraden über allen Zeitvertreib hinaus zu einer bleibenden Bereicherung geworden war in meinem Institut erschien eines Tages nach telegrafischer Anmeldung ein ausgesprochen soldatisch wirkender Unteroffizier der Luftwaffe er war wie sich dann zeigte so etwas wie der Junior Chef eines süddeutschen Verlages später sollte er das Europa Archiv herausgeben mir wurde eine Art Publikationsprogramm dargelegt und ich wurde Mitarbeit gebeten auf meine verwunderte Frage wie und wann denn diese Pläne realisiert werden sollten kam die prompte Antwort nach dem Zusammenbruch das war ein damals noch recht ungewöhnliches Vokabular solch ein Wort hätte einen sofort an den Galgen bringen können so unumwunden andererseits traute man sich schon zu einem Unbekannten zu sprechen das missglückte Attentat vom 20. Juni 1944 verschaffte mit einem Schlag dem Parteiapparat eine bis dahin unvorstellbare Macht alle halbwegs prominenten früheren Mitglieder der längst aufgelösten Parteien wurden vorsorglich verhaftet seit einiger Zeit schon verbrachten meine Eltern die Nächte in der kleinen Wohnung die sich ihr jüngster Sohn zugleich mit einer Zahnarztpraxis in einem Dorfe nahe der Stadt eingerichtet hatte eines morgens also kam die Mutter verstört in die Frühmesse gelaufen und flüsterte meiner Schwester zu sie hätten unseren Vater abgeholt er war einmal im Stadtparlament Vorsitzender der Zentrums Fraktion gewesen die Mutter selbst redete bei der kurzen Durchsuchung der Wohnung mit den Beamten so wie etwa die Bäuerin einen Landstreicher vom Hofe weist meinem Vater sagte man nachher um Saar hätte man sie gleichfalls mitnehmen müssen auf die Frage nach der Parteimitgliedschaft zum Beispiel konnte sie sich unmöglich mit dem schlichten Nein begnügen sie musste unbedingt noch hinzufügen ob es etwa neuerdings schon ein Verbrechen sei nicht in der Partei zu sein ich war in den Tagen wieder einmal in Bigge und hörte von Vater muss es eine tief erschreckende Sache gewesen sein ins Zuchthaus zu kommen wenn auch nur für einen Tag und eine Nacht vielleicht hatte es sogar ein bisschen als Schande empfunden statt als Ehre was es doch weit eher war am nächsten Morgen wie gesagt wurde er schon mit den meisten anderen wieder auf freien Fuß gesetzt er selbst erzählte nicht gern davon Spaß machte ihm nur wie sie sogleich nach der Entlassung allesamt auch die sonst an gar nichts glauben zum Dankgebet in die nahegelegene Franziskanerkirche ins Klösterchen gezogen seien ungefähr zur gleichen Zeit verschwand fast unbemerkt auch der Landeshauptmann Kolbo man hatte bei der Haussuchung in der Wohnung eines Freundes belastende Briefe von ihm entdeckt merkwürdigerweise schickte er mir obwohl wir doch kaum in ein persönliches Gespräch gekommen waren unter seiner Feldpostnummer einen Abschiedsgruß noch immer lebten wir in unserem bis jetzt unversehrt gebliebenen Haus es waren nur ein paar Brandbomben in den Garten gefallen die Fensterscheiben allerdings hatten wir großenteils durch Eisenblech Platten ersetzt ein Teil der Möbel und der Bücher war in einen ländlichen Abstellraum gebracht worden und für eine Kiste mit meinen Manuskripten und für die Remington Schreibmaschine hatte sich ein Platz gefunden im Dachgeschoss Mitte September wurden die Angehörigen der Provinzialverwaltung wieder einmal aufgerufen am Sonntag früh zu Aufräumungsarbeiten anzutreten einen Luftangriff hatte vor allem das Südviertel der Stadt getroffen wir schaufelten also ein paar Stunden lang den Schutt beiseite um eine Art Indianerpfad durch das Trümmergeländer zu bahnen verstaubt und müde setzte ich mich danach ins Bad wir wollten den Hildegardistag den Namenstag meiner Frau noch mit einem kleinen Festmahl begehen doch dann wurde an der Haustür ein Postkartengroßer Zettel abgegeben mit der vom NS-Kreisleiter unterzeichneten Aufforderung ich solle mich am übernächsten Tag zum Einsatz für Schanzarbeiten melden ein Rucksack sowie eine genau bestimmte Anzahl Wäsche- und Kleidungsstücke mit dem eigenen Namen gekennzeichnet sei mitzubringen von diesen Schanzarbeiten wurde viel Aufhebens gemacht in Holland sollten entlang der deutschen Grenze Panzergräben den feindlichen Vormarsch aufhalten es handelte sich um eine reine Parteiaktion militärisch betrachtet war sie schlichter Wahnsinn die Einberufenen waren überdies völkerrechtlich betrachtet weder Soldaten noch Zivilisten und natürlich blieben die Arbeiten ohne jeden Waffenschutz von Seiten der Wehrmacht die Fragwürdigkeit des Unternehmens war inzwischen wohl auch den Parteigewaltigen zum Bewusstsein gekommen jedenfalls ging das Gerücht der jetzigen Einberufung werde keine weiteren erfolgen ich verspürte nicht die geringste Neigung bei diesem letzten Aufgebot dabei zu sein der Senior den ich sogleich in seiner Wohnung anrief ließ sich verleugnen von ihm hoffte ich bestätigt zu bekommen dass die üblicherweise bereits Wochen im Voraus zur Eignungsuntersuchung geladenen Schwerkriegsbeschädigten für die nächsten Tage gar nicht mehr zu benachrichtigen seien und sich zum Teil schon auf der Anreise befänden weswegen ich keinesfalls den Dienst so plötzlich verlassen könne aber dann fiel mir ein dass natürlich er selbst meinen Namen vielleicht unter Druck auf die Liste der Abkömmlichen gesetzt haben werde immerhin gab er mir am nächsten Morgen den Rat jenes Argument bei der Parteistelle mündlich vorzubringen die Aussicht irgendetwas zu erreichen schien mir gleich null bei der NS-Kreisleitung wurde mir sogleich gesagt der zuständige Sachbearbeiter befinde sich in einer dringenden Einsatzbesprechung mit den Ortsgruppenleitern der Stadt bis zum späten Nachmittag könne sie wohl dauern zu Hause sah es aus wie in einer Wasch- und Nähstube es waren sogleich ein paar Säcke hervorgesucht und gewaschen worden sie sollten kaum richtig trocken zu einem Rucksack zusammengenäht werden gleich nach Tisch zog ich wieder zur Kreisleitung und ging gegenüber der Tür des Sitzungszimmers vor Anker fest entschlossen mir meinen Mann nicht entwischen zu lassen unter den ersten die dann endlich auf den Flur hinaus strömten war einer unserer Landesinspektoren ein gutartig beflissener Biedermann der meine Eignungsgutachten in naiver Wissenschaftsgläubigkeit für unfehlbar hielt sein übertriebener Respekt war mir schon manchmal etwas peinlich gewesen doch hatten wir nur selten miteinander zu tun und unser Verhältnis war ansonsten ungetrübt mit erstaunen begrüßte er mich und ich erzählte ihm rasch worum es sich handelte sofort geriet er in Eifer das sei aber doch ganz unmöglich da liege sicher ein Irrtum vor und schnurstracks führte er mich zu dem Sachbearbeiter sichtlich froh einem Mann der Wissenschaft nun auch einmal seinerseits einen Dienst erweisen zu können der Sachbearbeiter saß abgekämpft hinter seinen Papieren und ließ den Inspektor einen unteren Parteifunktionär eine Weile reden dann schüttelte er mit müder Überlegenheit den Kopf selbstverständlich müsse mein Name auf der Liste des Landeshauses stehen wenn aber dies der Fall sei könne man nichts machen mein Inspektor aber ließ nicht locker lebhaft begann er die Lage der Schwerkriegsbeschädigten zu schildern und behauptete wiederum ich könne einfach nicht abkömmlich sein woraufhin der Sachbearbeiter lässig nach dem Telefonhörer langte und befiehlt die Behördenlisten hervorzubringen die Sekretärin erscheint mit einem dicken Bündel und verschwindet wieder für mich ist damit der Fall entschieden ich sehe wie der Mann seiner Sache mit Recht völlig sicher ungeduldig in das Aktenbündel greift wobei er die Namen der einzelnen Behörden vor sich hinspricht Regierung Landratsamt Stadtverwaltung Landeskulturamt kein Zweifel gleich wird mein Name mit Geburtsdatum und Adresse triumphal verlesen werden doch dann nimmt er energisch noch einmal den Hörer ab die Liste des Landeshauses sei ja gar nicht dabei gerade die brauche er längeres Schweigen aber wo zum Teufel soll sie denn sein kurz und gut die Liste ist nicht aufzufinden mein Inspektor setzt gerade noch einmal an die völlige Unmöglichkeit und so weiter zu beteuern da winkt der Sachbearbeiter ab er ist es einfach leid schreibt ein paar Worte auf einen Zettel und gibt ihn mir also gehen sie damit zum Einsatzstab die Sache ist erledigt meine Frau noch immer angespannt und übermüdet vor der Nähmaschine sitzend hat meine Heimkehr gar nicht bemerkt ich lege ihr meine Hand auf die Schulter und sage Feierabend morgen ist auch noch ein Tag sie will es gar nicht glauben hiermit nun nahm eine Kette von glücklichen Fügungen ihren Anfang wirklich die Fortuna Belli die mir dann bis zum Ende des Krieges und noch darüber hinaus treu geblieben ist wenn ich bedenke was für grauenvolle Dinge zu der gleichen Zeit zahllosen unschuldigen Menschen widerfahren sind schäme ich mich dessen fast und manchmal frage ich mich ob man nicht lieber davon schweigen sollte andererseits gehören auch diese Geschehnisse zu meinem Leben und ich kann guten Gewissens sagen dass er mir nicht nur ohne mein Zutun sondern großen Teils sogar gegen die ausdrückliche eigene Absicht zugefallen sind es ist auch vielleicht nicht ohne Interesse zu sehen was alles in einem vermeintlich so radikal durchorganisierten Gewaltstaat möglich ist wie grob maschig das Netz noch immer bleibt mit dem er das Leben der Menschen in seine totalen Planungen zu zwingen versucht und vor allem wie zufällig es ist dass man davon gekommen ist natürlich war mir klar dass man mich in meiner kontemplativen Klause nicht einfach vergessen würde und zunächst sah es auch beileibe nicht nach besonderen Glücksfällen aus Anfang Oktober hatte ich wieder einmal in Bigge zu tun gehabt es war wie sich dann zeigte das letzte Mal gewesen zum Glück hatte ich den geistlichen Direktor der Krüppelanstalt gefragt ob mein Sohn Thomas falls das einmal nötig werden sollte in seinem Hause unterkommen und dort zur Schule gehen können und seine ohne Zögern gegebene Antwort war Ja gewesen am Abend also stieg ich in den ungeheizten völlig dunklen Zug um nach Hause zu fahren in Seeweite mussten alle aussteigen Fliegeralarm Man hockte in irgendeinem Schutzraum den man im Grunde doch nicht traute der Boden erzitterte unter der Wucht der Bombenwürfe die nicht allzu weit entfernt niedergingen Nach der Entwarnung leuchtete über Dortmund der Nachthimmel wieder von der in Flammen stehenden Stadt Eine Lokomotive fuhr versuchsweise die Strecke ab kehrte aber bald zurück Die Einfahrt nach Dortmund sei versperrt verkündete der Lautsprecher doch werde man versuchen den Zug irgendwie umzuleiten In dem schlecht beleuchteten Wartesaal gab es ein schauderhaftes Heißgetränk zu kaufen Die meisten Leute schliefen die Arme um ihr Gepäck geschlungen und über all dem rauchigen Dunst gespenstisch das pseudo-heroische Führerbild Gegen drei Uhr morgens ging die Reise weiter Aber auch in Münster war offenbar schon einiges passiert Der Zug hielt wie jedenfalls schon draußen vor der Stadt Auf dem ungewohnten Nachhauseweg kam ich in der Dämmerung an der Wohnung meiner Eltern vorbei Das kleine Reihenhaus war halb zerstört Die Fensterläden hingen heraus Die Tür stand verklemmt halb offen Ich rief ein paar Mal hinein Keine Antwort Wie gut und dass es für die Eltern und die Schwester das dörfliche Refugium gab Zu Hause unter der Post auf dem Schreibtisch ein Einschreibebrief Meine Frau hatte zwar den Empfang bestätigt aber nicht bemerkt dass es ein Einberufungsbescheid war diesmal zur Wehrmacht Aber zunächst einmal musste ich nun schlafen Die Wehrmacht betrieb diese wiederum von der Partei nach deren eigenen Gesichtspunkten organisierten Einberufungen mit einer Lässigkeit die manchmal schon an Sabotage grenzte Und es kostete den Senior der diesmal zu allem bereit war nur einen Telefonanruf um mir mit dem bekannten Argument einen Aufschub um zehn Tage zu erwirken Auf dem Wehrbezirkskommando noch immer hinter der evangelischen Kirche bemerkte der diensttunde Reserveoffizier in leicht spöttischem Tonfall Ich würde zur Luftwaffe einberufen werden und zwar aus keinem anderen Grunde als weil sie allein noch über genügend Uniformen verfüge Übrigens werde für mich das Erfassungslager der Fliegerhorst Detmold sein Auf einem Gang durch die Stadt kam es mir in den Sinn mich vom Bischof von Galen zu verabschieden Zum ersten Mal fand ich ihn eingestandenermaßen ratlos Was kann nach ihrer Meinung ein Bischof denn noch tun? Nach kurzem Gespräch begleitete er mich zur Tür Nun also dienen sie ihrem Vaterlande Mit einiger Betroffenheit vernahm ich diese mir längst ungewohnt gewordenen Worte In seinem Munde aber waren sie alles andere als ein pathetisches Klischee Sie waren ernst gemeint und buchstäblich zu nehmen In der Nacht nach dem Auszug aus meinem Institut wurde das ganze Haus in dem es untergebracht war vollkommen zerstört Mit einiger Mühe bahnte ich mir andern Tags durch die Trümmer einen Weg dorthin und zog aus dem Schutt noch ein paar Bücher hervor Das Haus ist bis auf den heutigen Tag nicht wieder aufgebaut worden Schlimm für uns war dass der gleiche Luftangriff zum ersten Mal auch die Universitätskliniken getroffen hatte Sie boten also doch keine volle Sicherheit Es ging das Gerücht unter dem Schutz des Roten Kreuzes seien geheime Sprengstoff Laboratorien verborgen gewesen daher die Bombardierung Doch wurde damals vielerlei erzählt und geglaubt Am letzten Sonntag vor dem Einrücken fuhren meine Frau und ich in eine 20 Kilometer vermünster gelegene ländliche Kleinstadt um bei einer befreundeten Familie zu erkunden ob es dort für den Notfall einen Unterschlupf gebe Wir trafen auf die großzügigste Hilfsbereitschaft doch gedachten wir sie vorerst noch nicht in Anspruch zu nehmen Während der Heimfahrt wieder Fliegeralarm Neben den Bahngleisen stehend sahen wir am dunklen Himmel die Christbaum Signale über Münster Bald loderten hier und da Brände auf Für den Fußweg nach Hause brauchten wir fast eine Stunde Es empfing uns eine völlig verschreckte Haushaltsgehilfin die uns sogleich beichtete sie habe ihr Versprechen nicht gehalten bei Alarm so war es verabredet worden sollte sie mit den Kindern auf jeden Fall in den öffentlichen Schutzbunker gehen Das hatte sie auch über Tag zweimal getan aber als dann nicht das Mindeste passiert war hatte sie am Abend als wieder die Sirenen heulten nicht noch einmal den langen Weg machen wollen und gemeint unser Keller genüge wohl auch aber dann fielen rundum die Bomben wie zum Ausgleich beteuerte das Mädchen sie habe mit den Kindern laut gebetet inzwischen lagen die drei in ihren Betten und schliefen als sei tiefster Friede wieder einmal gab es im Hause weder Gas noch elektrischen Strom aber das Haus selbst war noch immer heil auch noch am übernächsten Morgen als ich ihr schweren Herzens verließ auf unabsehbare Zeit An diesem Punkt muss ich noch einen Umstand erwähnen der mir selber damals nicht der Rede wert erschien im Rückblick aber kommt ihm eine gar nicht abzuschätzende Bedeutung zu An dem Morgen nach jenem Glückstag der mich so unverhofft von dem unsinnigen Einsatz in Holland befreit hatte waren wir dankbaren Herzens zur werktäglichen Frühmesse in die Kliniken Kapelle gegangen Amaltare fehlte wie schon üblich der Ministrant an diesem besonderen Tage selber den Dienst Der Priester war mir unbekannt Unter dem Messgewand bemerkte ich immerhin die graublauen Uniformhosen des Luftwaffensoldaten Nach dem Gottesdienst ein kurzes Gespräch während unter den liturgischen Gewändern ein Sanitäts Obergefreiter zum Vorschein kam In den folgenden Wochen machte ich noch manches Mal den Messdiener bis ich zuletzt dem Zelebranten sagen musste Nun werde auch ich zur Luftwaffe gehen Vielleicht kommen Sie zu uns in die Flack Kaserne Nein ich gehe ins Erfassungslager Detmold Nun wer weiß jedenfalls besuchen Sie mich dann sofort im Stabs Gebäude Er schrieb mir seinen Namen auf mitsamt der Zimmernummer und wir verabschiedeten uns